Na, ihr steckt uns, bevor da was geht. Wir sind zurück in Prince of Persia. Seid ihr schon auf der Plattform? Noch nicht! Lass mich erst auf die Plattform! Ja, ich geh ja schon. Chill mal. Ähm, wir sind zurück in Prince of Persia und wir sind auch knapp beim Ende. Jetzt! Ich weiß nicht, ob ich es jetzt durchspielen will schon. Vielleicht spiel ich es jetzt schon durch. Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen, wie lange ich für alles brauch. Aber es könnte sein, dass ich durch werde. Und der Dildo, der macht es saugstark wie hier und hier. Oh, ich liebe ihn. Und wir haben uns in Deutschland schwer. Das ist nicht sexy. Und jetzt auf die andere Seite. Und jetzt wie auf die andere Seite. Chub, chub. Wunderschön hast du das gemacht. Drehen. Okay, da kann man was an den Sonnen drehen. Was bringt's? Ah, ich seh's. Man kann sich hier dranhängen und an den Dingern schwingen. Ja, ja, genau. Hoppa. 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 Und jetzt komm ich da rüber, genau. Ich hab schon richtig gedreht alles. Das dachte ich mir irgendwie schon. Und. Jawoll, ja. Mit ne schöne Rolle ging das. Sneak. Ich muss da rüber zu den Dingen. Halt, nein. Oder doch, dreh nochmal zurück. Okay. 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 Den hab ich ja zu verdreht, dass ich da hinkomme. Und es dreht sich. Jetzt hab ich keine Ahnung, ob es richtig ist. Hä? Du sollst doch da ran. Aha. Aha. Okay. Verstehe. Es ist schon ziemlich knifflig. Das muss man im Spiel leider lassen. Oh. Ich kann gar nicht mehr drehen. Alles müsste jetzt richtig sein. Wenn ich jetzt was falsch mache, bin ich selber schuld. Ja. Alles ist richtig gemacht. Alles war richtig. So. Das hätten wir. Und? Nun? Das Tor ist offen. Schnicker. Jetzt da ran. Aber warum ist hier eine Säule? Eine zweite. Ich komme. Ja, ich komme. Ich auch. Ich komme. Ach, er sagt sogar nochmal beim Rückspielen. Nein, das ist ja sexy von mir. Die Stadt ist ja sexy. Wo. Haha. Was hat der für Gassmann? Kommt schon. Ach so, das war alles Spalt. Okay. Ich dachte, vielleicht. Wiss es wahrscheinlich. Ich sag ja schon nix mehr. Na komm. Ja, ein Spalt. Moment. Nein, wirklich. Lass uns erst den Korridor überprüfen. Nein, wirklich ein Spalt. Na gut. Ihr nehmt den Spalt. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin hier oben. Versuch den Hebel dort. Ah ja, und das soll jetzt kein Scherz sein, ja? Okay, erst die einen klingeln, dann die anderen. Ich würde mich erstmal gern heilen. Ich bin ziemlich im Arsch. Wie ich nur was so erwähnt habe. Und Raker ist wieder fit. Okay, jetzt schauen. Hier zuerst, dann da. Dann hier. Der schwingt. Ich kann nicht drüber, weil ich dumm bin. Okay, wartet. Jetzt. Scheiße, ich will nochmal zurück. Ich muss warten, bis es mir entgegenkommt und ich rüber darf. Okay, wartet, wartet, wartet. Jetzt. Und. Lauf. Au. Yo. Geil. Das geht ja gar nicht. Ha. Weil da ist ja nicht so. Da muss man springen. Okay, warten. Sprung. Okay, es hat funktioniert. Oh nein. Again. Really? Aber das ist geil. Mein dir, ich kann drüber springen. Versucht's. Was kann schon passieren? Außer, dass sie sterbt. Geht doch. Da seht ihr die Katschan. Ohne Ende. Und dann lasst sie uns alles machen. Und das ist immer so. Ah, scheiße, ich bin ein Idiot. Ich hab die Klinge voll vergessen. Aber man. Okay. Okay, Klinge. Schalter. Das ist schon relativ schwer. Ich treffe euch auf der anderen Seite des Tors. Vorsicht. Ihr solltet aufpassen. Die kann über alles durchspringen. Bewegt sich super. Und dann lasst sie uns den Scheiß machen. Das ist immer so lässerlich. Boah, Junge. Das sind ja mega Kling. Okay, okay, okay. Oh, das war knapp. Oh, nöööööööööööööööö. Und wir haben ein Wasserteig. Hier bin ich. Das Tor geht nicht auf. Oh. Habe ich endlich mal... Ja. Da kann ich sie ja ficken allein ohne dich. Hä? Gleich gut. Alter. Nicht cool. Junge, nicht. Cool. Ich trinke mal ne Runde. Nein, lass mich. Und merkt mich auch. Ich habe Gefühle und kalte Nippel. Ich glaube, ich werde meinen Dolch benutzen. So, flieg, Junge. Flieg, Junge. So, flieg. 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 So, und jetzt was trinken, bitte. Trink was, Junge. Solange du kannst. Schnell, trink. Trink so viel, du kannst, solange er da steht. Never mind, bitch. Oh, flieg, Junge. Never mind, bitch. Und jetzt bin ich voll AP. Was soll ich jetzt tun, ne? Was willst du jetzt tun, Junge? Und never mind. Und das war schon. Das war ja süß. Too sweet for me. Und jetzt brauchen wir eine Runde Drogen wieder mal. Dann gibt sie mir die Sand, diese, diese, diese kalte Nippel. Kalte Nippel, kalte Nippel, kalte Nippel, kalte Nippel, kalte Nippel, kalte Nippel. Aber wenn ich durch wäre, startet wahrscheinlich morgen der nächste Teil von Sailor Trial Princess. Ich würde mal behaupten, wir müssen zuerst mal auf die Leiter. Das sieht zu auffällig aus. Ja, das, denke ich, war vollkommen richtig. Ach, halt die Klappe, man. Komm. Ach, Tajat, ich hab vergessen. Diese Viecher muss man ja erst blocken. Nein, du bist jetzt wieder rauf, schön hoch mit dir, Mann, schön. So, die Lappen. Warten. Okay. Ja, komm, tisch. Äh, ich hab geblockt. Pennervieh. Ich hab geblockt, aber der wollte dich. Da, der blockt dich. Der blockt hier nicht oben drauf. Der tut's nicht. Ich glaub, ich beile mich lieber. Nein. Da steht der Vogel so behindert im Weg, dass ich nicht vorbei kann. Das ist doch nicht. Oh ja, verdammt. Kackt, Kajan. Alter. Die Vögel nerven. Ah, Digga. So welche nervigen Vögel. Hm. Ja. Beste. Okay, wieder zurück. Halt. Nein. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Und jetzt. Aha, es geht ja. Und Sprengkoppel. Ich weiß nicht. Ich arbeite noch an einem Plan. Springen? Es sieht zumindest nach Springen aus, hätte ich gedacht. Ura. Okay. Was nun? Hier ist eine Tür, die nicht aufgeht. Die Türen kann man eh nicht einschlagen. Geh ich mal davon aus. Hier rüber komm ich. Das war mir klar. Dann muss ich da rauf. Wow. Hat ja gut geklappt. So, erster Vogel down, zweiter Vogel down. Nervensegen, Mann. Kassiert, Junge. Mit euch spiele ich mich und kein Wachs. Voll, Digga. So, was kann man hier tun? Ich sehe... Ah, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Oh, halt. Nein. Los, hast du mal laufen. Yes. Guter Junge. Und jetzt müssen wir da rüber. Und ich glaube, wir müssen an das Seil. Glaube ich aber auch nur. Wenn ich faile, scheiß drauf. Ja, Geronimo! Wow. Wow. Das ist gar nicht sexy. Äh, Sicht. Ich glaube, ich weiß, wie. Ja, hat funktioniert. Gut. Äh, hier. Dann da runter. Dann hier rauf. Aha! Es funktioniert. Und jetzt schaltet. Dreien, dreien, dreien. Rolling, rolling, rolling. Immeravia, Immeravia. Welche Tür geht wo auf? Ich weiß es nicht. Das sind die Vollen. Na, auch ein bisschen Drogen. Nein, nicht. Loil. War ja klar. Das war so klar. Das war so klar. Ich könnte Sie heiraten. Schließlich ist sie die Torte eines Maharajas. Meine Sklavin zwar, aber sie hat königliches Blut. So kann ich ihr wildes Wesen besser zähmen. Gar nicht schlecht, seine Frau mit Verstand. Eine Herausforderung. So nennt man das heutzutage also. Ich glaube, ich suche mir auch so ein wildes Ding mit Herausforderung und Intelligenz. Ich meine, so schlau wie ich kann ja nur einer sagen. Und ich bin ein Pinguin, wir können wir nichts. Ja, schacke lakke, bitch. Never mind, you hold mich nicht. Nein, der hat mich geholfen. Schacke lakke, man. Sexy pose for you to the finger. Oh, I love it, bitches. Yes, I love it. Oh. Da seid ihr, ja. Kommt, es kann nicht mehr weit sein. Hm, das heißt, wir sind fast durch, oder? Ist das eine andere Ansprache? Wie so, sagst du, was? Ja, 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 ja. Ihr Käfer könnt mir nicht. Ich vernichte euch, bevor ihr überhaupt... Oh, tut gut. Ja, geh mal aus dem Weg. Du stehst im Weg, ich will. Okay, nur da drüben. Passt auf Nägel auf. Ja, ja, ja. Ah, Rikas, blech. Ah, ich muss mich kratzen. Und was ist das für eine Verbuchung? Ach so, es soll ein Fenster sein. Ah, ja. Uh, Sexy. Schokolade, man, schokolade. Rolling, rolling, rolling. Everybody, everybody rolling. Hello. Busch, busch, busch. Seht, das ist die Brücke zum Turm der Dämmerung. Die Brücke zum Turm der Dämmerung. Deine Ernst. Ich komme! Der! Der! Der hat kassiert! Der hat kassiert! Der hat kassiert! Der bleibt liegen und stirbt erst mal. Der auch! Den haue ich einen aus dem Maul. Okay, es bringt nichts. Der andere steht eh schon wieder auf. Dann fick ich ihn lieber. Ich habe Liebesgefühle nur für dich. Und ich ficke euch. So ein geilen Arsch. Ich nehme euch. Bleed mal. Bleed hab ich gesagt. Nein. Peace, bro. Peace, bro. Peace. Bro. LoL. Best Chumper ever. Ich schweige dich. So. Oh. Sie ist gerade runtergefallen. Ich hoffe, sie ist gut. Ja, sie lebt doch. Das ist gut. LoL. Tu hit, man. Und die hauen zum, Junge. Die hauen zum. Das Schwert ist der Hammer. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Never mind. Das Nebenschlange. Und tschüss. Kassiert. Den zweiten Mal ist genauso platt. Und tschüss. Kassiert. Das hätten wir. Ihr Wuschis. Ihr Wuschis. So, dann lasst uns doch mal wieder eine kleine Drogenspritze nehmen und schon was passiert. Ich werde geschlagen. Wuschis. Warum? Was habe ich getan? Wäre ich gefoltert, weil ich gut aussehe. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Uh. Interessant. Mein Baby. Ich spür mir da back. Hm. Trinken muss sein, Leute. Sonst hat du... äh. Durchwer. So. Jetzt gehe ich mal hier runter. Und schau mal, was das ist. Oh, der Dildo, der Macht kommt wieder zum Einsatz. Hier sieht es irgendwie in der Secret aus. Aber auch nie irgendwie. Oh, Wasser. Ich schlürfe bis ich steif bin. Mein ganzer Penis ist so steif. Von der Steppe Wasser. Hey, Dildo, der Macht Nummer zwei. Oh, so stark wie eh und je. Neu is la bla. Bisher läuft es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Bin relativ gut überrascht davon, dass ich das so gut meister alles. Ich habe schon ein paar mehr Phase erwartet als die, was ich hatte bisher. Aber okay. Oh, ein Spalt. Na toll. Na komm her. Mal sehen, ob es einen Weg hinab gibt. Ja, ja. Mach mal. Mach mal einen Weg hinab oder so. Ich gehe mal meinen Weg. Meinen typischen Jumper Weg. Ja, ja. Diese geile Scheiße. Ich kann das Tor nicht öffnen. Da ist noch eins auf der A... Hallo. Da ist eine Treppe. Dildo, der Macht. Oh nein. Schnell zurück. Uhhh. Awww. Ah. Nnnn. Das ist ja twee, Mann. Ein Verlies. Wie im Palast meines Vaters. Ich habe niemals einen Fuß hineingesetzt. Nun war ich selbst ein Gefangener auf der Suche nach einem Ausweg. Und nochmal bitte. Nein, Wand laufen. Geht doch. Sexy. Und nochmal Wand laufen. Und dann haben wir es hier schon fast. Wir sind hier fast unten. Warum wir runtergehen, keine Ahnung. Aber das muss wahrscheinlich irgendeinen guten Grund haben. Ich meine, es fühlt ja nicht umsonst der Weg mit Hund. Würde ich mal sagen. Halt. Das war Fail von mir. So, nochmal. Den Shit glaube ich jetzt nicht. Jawoll, hat geklappt. Huch, nein, du musst was da hin. Und wieder, ja. Das hat mit One Jump zu tun. Hätte ich ja nicht drauf kommen können, aber naja. Und da leoppa. Und es hat ja wunderbar geklappt alles. Dann noch hier rüber. Einmal da hin. Los da rauf. Und nochmal ein schneller Wand laufen. Nochmal hier rüber. Nochmal da rauf. Nochmal das ganze Spiel von neu. Und dann haben wir es doch schon geschafft. Prima. Oh. Prima. Und ich sag noch, ich fail nicht so viel, Mann. Wieso jetzt? Wieso? Okay, wir sind unten. Ach, nackt. Komm, iss. Zeig zum Spiel. Ja. Oh, du mit deinem Hammer wirst mir also zeigen, wo der Hammer hängt. Ah, ja. Ich zeig dir auch mal, wo der Hammer hängt. Ich zeig's dir. Ja, mein Hammer ist in der Hose. Ey, das war nicht aufgemacht, Mann. Pisser. Na, wie gefällt dir das? Gut mal. Oh, ja. Und ich steh genauso drauf. Na, wer will noch? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Wer will von dem Reco was haben? Wer will was haben? Wer will was haben? Ich hab für euch alle was. Ich hab für euch alle was. Ich hab für euch alle was. Da, fliege, Junge. Fliege und fliege. Fliege und fliege. Fliege und fliege. Und nochmal hinlegen, Mädel. Und dich kriege ich sie alle mal. So, über dich sprich mal drüber, Kumpel, weil du kannst erst mal schlafen legen. Über dich springe ich auch mal drüber, Kumpel. Aber du bist hartnäckig, kein Männer. Dann nehm ich erst den auseinander. Und dann, ja, next you. Und es kommen noch welche. Okay, kommt. Ich bin bereit für euch. Ich hab genug Schläge für euch alle da. Und das war ja klar, dass du wieder einen Tiefschlag machst, ein Tiefschlag. Du bleibst liegen, Kumpel. Und was willst du, kleiner Schwanzlutscher, bitte schön, tun? Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Nichts. Gar nichts könnt ihr tun. Nichts. Ich bin euer Meister. Euer Herrscher. Euer obergeiler Pingree. Ich vernichte euch. Einer nach den anderen. Na komm her. Du bist es doch eher. Du bist es. Flieg, Junge. Ach, du bist zu langsam, Mann. Langsam mit deinen Schlägen. Na, den kassiert. Und du bist der nächste. Und tschüss. Oh, ja. Das ist sexy. Und die Musik ist mal ober der Hammer. Ich schwör, die wird immer geiler. Vom ersten Kampf her hab ich mir gedacht, naja, komische India Musiker hat mir dann gefallen. Und jetzt kommt so geile Mucker. Ist schon fett. Und diese Drogen sind schon der Hammer. Könnte es vielleicht sein, dass wir die Liebe fangen? Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Okay, ich muss doch cutten. Da sind wir doch noch. Ich zum Schluss durchspielen wäre ich es wahrscheinlich noch nicht. Aber dann im nächsten Part, weil ich werde noch zum nächsten Speichwort gehen, weil es mir kein Spaß macht. Ich werde sie heiraten. Ich sage es ihr bei nächster Gelegenheit. Zeit, das Drumherumgerede zu beenden. Wir haben es bis hierher geschafft. Es wäre verrückt, um meine Gefühle zu kommen. Ach, die Gefühle in mir sind auch aufgestiegen, weil du Wasser getrunken hast. Geh mir aus dem Weg, du Tisch! Das wollte ich gar nicht. Slow-Motion. Die Tür geöffnet. Ach komm. Ach komm. Möle! Soll ich da vielleicht was drauf stellen? Kann man irgendwie Sachen wie... geht sowas? Ich weiß was ich wüsste... Vielleicht mit Slow Mode eh... Ö, nein... Okay, es geht nicht mit Slow Mode. Es geht aber auch nicht... Irgendwie... da und da und da ne, das sieht schlecht aus ok, was haben wir denn noch, ein Käfig den könnten wir doch benutzen für sowas theoretischerweise, wenn ich den eher bemerkt hätte oh, ja, härter oh, diese Kräfte in mir werden so geil gerade ich fühle es tief in mir es wird sich entfalten diese Gerüschkulissen nur noch, finde ich einfach sexy die sind Secret? hey, Target-Zielen gilt nicht darf man nicht, bevor man nicht tot ist ok, lol verblutigt ah, Secret ich habe gesehen noch mehr leben für meinen kleinen sexy Punkt also unsere Lebensanzeige ist ja mal richtig viel hoch gegangen und unsere Sandzeige auch langsam also, ich glaube nicht, dass ich 100% geschafft habe aber ich habe echt viel geschafft, muss man sagen dafür, dass ich Spline spiele ich habe es nämlich nur in dem Teil den Teil habe ich noch nie gespielt nie ich weiß gar nicht wieso ich weiß gar nicht wieso ok, das ist wie mit den Fratern das sind große komme ich da auch 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 danke danke noch mal bitte das ganze zurück noch, bist du ja nicht am Schalte gelaufen das war so gut aber macht doch Mist ich glaube, ich habe eine Idee, was ich jetzt mache willst du bitte mir den Gefallen tun und das heißt komm schon nein zurück die Kling kam mir gerade entgegen ok noch ein Versuch ok jetzt darauf boah, das war Lackmann ok ok irgendwas muss ich tun eine Folterkammer es war das erste Mal, dass ich die Gerätschaften aus der Nähe sah nah genug, um sie zu berühren wo waren die Männer, deren Aufgabe es war, Antworten auf die dringlichen Fragen des Königs auszupressen und das wird so schwer am Ende ereilte sie das gleiche Schicksal wie ihre Opfer Wächter und Gefangene gleichgestellt durch den Sand der Zeit das wird so schwierig ich sehe es jetzt schon kommen es öffnet die Tür, damit ich wieder durch kann warum auch immer auf jeden Fall wird das scheiße schwer wir müssen erst die eine Wand ziehen dann die andere Wand ziehen und dann springen wahrscheinlich halt jetzt was fehlt toll oder muss man nur eine Wand ziehen? reicht das schon? ich bin mir nicht sicher jetzt müsste es aber gehen oh Junge das könnte haarscharf nein wie soll denn denn gehen? geht das etwa schon so? das bezweifle ich weil es geht ja viel zu weit auseinander boah ok doch, es hat funktioniert nein zurück ich will nochmal ich will nochmal der Bastard ist nicht gesprungen ok, es hat geklappt wieso? wieso die Fledermäuse? warum? und ich seh nix ich seh nix ich fuchtel einfach mal mit den Spielern verpischt euch ich habe keine Zeit für euch kleinen Wichser geh weg! lass den kleinen Scheißer geh weg! geh weg! ja, ich bin sie los gut jetzt da rüber ja, das sieht richtig aus ok, erst die linke Seite dann die rechte Seite und dann one jump one jump one jump one jump one jump aber langsam kriege ich es richtig gut hin man kann da gar nix sagen mal ganz im Ernst ich werde richtig gut langsam mit dem one jump ich fail immer weniger zu Anfang war es ja noch recht failig aber jetzt ist es schon ziemlich nice muss ich selber sagen ich bin selber beeindruckt von mir hätte ich vielleicht gedacht dass ich sowas so gut kann weil ich bin eigentlich eher der Typ der sowas hasst ich ganz ehrlich ich hasse solche one jumps eigentlich mag ich die überhaupt nicht weil ich beherrsch die einfach nicht ich spring immer einfach zu falsch oder zu spät und da muss man Zeit genau sein zum Beispiel wie da jetzt grad ich hab's verkackt ununterbrochen und ja jetzt hab ich jetzt nochmal die Klappe gehalten dann will ich es auch sicher schafft und ja ich weiß nicht irgendwie ein bisschen kann man nicht genau ausdrücken ich weiß nicht ah ok das ist geil lol die Leiter brechen runter scheiße 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 ja genau muss man schnell sein ist der jetzt nicht an das Ding wahrscheinlich weil die Leiter schon runter brach ja genau muss man schnell sein und zwar richtig waum ist der jetzt da nichtando Erklärung ja ok doch geht doch bö hi das geht wollen wir heiraten Gang nouba gest wuh ya geç делать том 6 9 ich sehe nix aber es ist egal nein das ist meine Frau lass sie ja du Penner nimm den Denk Fick dich nein du bleibst tot man oh ja nevermind 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 ok du bist der nächste ok dann nicht nein nein ach scheiße stimmt über die kann man ja nicht schwimmen und vergessen nein das war ja klar aber das war gut von dir Junge das war gut ich hab zwar kassiert auch gib ich zu aber du hast zwei von deinen Kollegen da draus geschaltet vollidiot kassiert ich schalte kurz bei mir das Licht an ich sehe schon nix von lauter Action es ist dunkel geworden das 3 3 3 egal ob er mich schlagt oder nicht du 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 gehst auch mal sterben ja aber wie viele von den dicken Viechern kommen man das ist der Hände gerade nein lass den Scheiß da komm nein ich wollte gar nicht ich wollte genau das aber nicht an dem man nicht an dem nicht an dir man ich wollte es an dem blauen fetten machen bei dem geht das kassieren ja ich komme ja kassiert ich wollte zu Brotzeit rufen und er muss erst kassieren guter Schuss baby guter Schuss ich komme oh nein der war hart der Schlag aber das macht nichts leg dich hin man und du kassierst das nächstes bist du dran gucke und wie viele von dir kommen noch nein du bleibst liegen man und du stirbst und du fliegst ja und jetzt kassierst du ja tu halt was nimm ihn ja aber wie viele noch man flieg ich komme ja 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 never nein flieg flieg ja ja nein du legst dich in verdammter Arschkopf los du bist der letzte ja kassiert ja kassiert pf 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 gut dann nehme ich mal die Droge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal würde ich sagen dann sage ich doch mal bis zum nächsten Mal nicht vergessen die Steckdosen zu befruchten sie müssen glücklich feucht und elektrische sein und bis zum nächsten Mal ich bin euer Gitterpinko schminko ich will die Droge, ich will sie lenken, ich will sie then, hier die Droge. Jag occurs die Droge, jagoke per ziteru und droge, oh gell. Gut gemacht, Freako. Oh, und wir brauchen auch noch 10.000 Lagerkugeln. Ich sagte 10.000. Perfekt.